Einen wunderschönen guten Abend aus Dingesbühl. Herzlich willkommen bei Mika Karawan. Ihr seid wieder bei uns auf dem Kanal gelandet und ich möchte euch wieder zeigen, was sich in unserer Werkstatt alles angebahnt hat für diese Woche, was wir alles zu tun haben. Gerade aktuell hat es mal ein paar Tage kein Video gegeben, weil wir waren mit unserem Wohnmobil unterwegs am Wochenende und waren hier bei der Firma Airtune und haben uns mit Airtune unterhalten, weil wir mega begeistert sind von den ganzen Produkten von der Firma Airtune. Und darum haben wir uns dann noch speziell mal aufklären lassen in verschiedenen Formen, aber dazu kommt ein bisschen mehr in einer der nächsten Videos. Aber jetzt möchte ich euch mal auf die Hand nehmen. Wir haben wieder ganz tolle Projekte da hinten in der Werkstatt und da gehen wir jetzt mal an. So, hier fangen wir schon mal an bei einem wunderschönen Leica Creos 3005. Richtig schönes Fahrzeug, muss man wirklich sagen. Hat natürlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber es ist ein richtig schönes Auto. Ein EVECO Fahrzeug, also auf EVECO Basis. Bitte nicht wundern, hier haben wir gerade offen, nicht weil wir den Motor reparieren, sondern weil wir natürlich hier unten entsprechend an der Lichtmaschine unseren Sensor anbringen, weil was bekommt das Fahrzeug alles? Richtig viel, muss man sagen. Also richtig tolles Paket. Da sind wir auch schon mittendrin. Und bevor ich euch das zeige, hole ich mal schnell das Licht. So, hier haben wir schon mal unsere Lithium-Batterien verbaut. Richtig tolle Blöcke, zweimal 200 Amperestunden, in der Summe 400 Amperestunden. Wie ich immer sage, das habe ich ja schon immer oft gepredigt, beziehungsweise setzen das natürlich auch bei uns um. Anständige Batteriebefestigungen. Ich habe ja das Thema in meinem letzten Video schon mal angedeutet und hier sehen wir es auch in der Praxis. Wir machen uns hier wirklich so richtig schöne Halter, damit die Batterien richtig nach unten gepresst werden. Hier kommt ein Anschlagwinkel hin. Hier hinten, das sehen wir jetzt hier nicht, ist auch ein Anschlagwinkel. Also die Batterie kann sich keinen Millimeter mehr bewegen. Also das ist so bombenfest, dass durch Erschütterung, durch nichts, wird sich die Batterie nur jemals bewegen. Gleichzeitig haben wir hier gleich unseren Kabelkanal verbaut, damit wir dann hier die ganzen Kabel entlangführen können. Weil auf der Seite sehen wir hier den großen Wechselrichter. Da haben wir ein 3000er, 3000er Kombi montiert. Und hier kommt unser Ladebooster hin. Vom WCS, damit wir auch den Rapid dementsprechend haben. Und natürlich auch gleichzeitig unten die Lichtmaschinenüberwachung und so weiter und so fort. Und drum kommt das alles hier rein, damit das alles schön sauber und ordentlich dann dementsprechend hier verbaut ist. Gleichzeitig haben wir auf der Rückseite, noch in der Garage, eine 12-Volt-Steckdose untergebracht. Hier oben im Eck, weil hier kommt ein Kühlkompressor rein, damit wir dementsprechend auch 12-Volt-Anschluss haben. Ihr seht schon, hier liegen noch ein ganzer Haufen Kabel. Ja, das müssen wir alles noch ändern. Da haben wir dann hier noch Netzumschaltungen. Da haben wir hier so schöne Verteilerboxen reingemacht. Und dementsprechend werden die alle auch beschriftet, damit man dann weiß, was was ist. Hier haben wir schon die Außendusche repariert, weil der hier war locker. Auch den haben wir wieder reingemacht, damit das alles wieder passt und schick ausschaut. Also, ihr seht schon, hier haben wir einiges zu tun. Da haben wir die vorhergehenden Akkus, die haben wir natürlich rausgemacht. Ja, sind ein paar Tage alt. Und damit, mit dem Paket, sind wir natürlich auch richtig autark und können richtig was bewerkstelligen. Im Fahrzeug, schauen wir mal rein, kurz. Da haben wir natürlich auch ein bisschen was zu tun, weil man natürlich durch die ganze 230 Volt und die ganze Volt, dann kommt nämlich hier das Display noch rein. Da haben wir hier schon das Kabel durchgezogen für den Wechselrichter, das hier noch schön sauber mit reinkommt. Also, da haben wir noch richtig was zu tun. Ja, und hier haben wir einen Sunlight stehen. Also, der steht hier gleich ums Eck zu unserem Leica. Und was kriegt dieses Fahrzeug alles, das schaut auch geil aus. Kermit, der Frosch auf dem Surfbrett. Also, finde ich auch richtig cool. Und was ich natürlich auch richtig geil finde, hier guckt, schöner Aufkleber von uns. Was hier alles verbaut wird, sind auch zweimal 100 Amperestunden Lithium-Batterie. Die haben wir hier schon reingezogen. Dann seht ihr hier mächtig viel Kabel, weil hier kommt dann noch ein 1700 Watt Wechselrichter rein. Der liegt hier. Dann kommt auch noch ein Kühlschrankventilator rein. Hier kommt noch ein Ladebooster rein. Und hier kommt noch eine große Solaranlage aufs Dach mit über 360, 370 Watt. Also, da passiert noch richtig was in dem Auto. Da kommt noch richtig was drauf. Natürlich mit Solaregler und allem drum und dran. Und hier machen wir dann noch einen Hau-Rux. Hier drin kommt noch ein, na, von Supersense ein Wasserfürstandsmesser rein. Und das sind so unsere Aufgaben. Draußen haben wir noch einen T6 stehen. Zur Überprüfung, weil da geht die, ja, schon zehn Jahre alte Dieselheizung nicht mehr. Da müssen wir nochmal nachgucken, was mit der ist. Warum die nicht mehr richtig geht. Und das werden wir da auch noch umbauen. Beziehungsweise mal gucken, was mit der vonstatten ist. Beziehungsweise wie man das macht. So, schaut das Dach aus vom Sunlight. Also da sehen wir, dass wir noch richtig schön Platz haben. Da werden wir hier hinten zwei große Module machen. Da haben wir ja, ja, also hier haben wir richtig Platz. Da passt richtig was rein. Und das zeigen wir euch dann im nächsten Schritt, wie wir das wieder verbauen. Wie wir das wieder handeln, damit wir hier vernünftige Solaranlage drauf kriegen. So, jetzt schauen wir hier mal wieder runter. Also ihr seht, es ist jede Menge Arbeit die Woche. Da haben wir wieder richtig gut zu tun bei uns in der Werkstatt. Und, ja, da freuen wir uns auch richtig drauf, damit hier richtig was passiert. Dann haben wir heute eine kleine Lieferung bekommen. Zweimal Cinderella Verbrennungstoilette. Eine haben wir noch da. Dann haben wir jetzt drei Stück am Lager, die alle schon verkauft sind. Die auch dieses Jahr noch montiert werden. Und leider Gottes sind es dann auch aktuell, glaube ich, erst einmal die Letzten. Weil die haben momentan auch größere Lieferschwierigkeiten. Also es ist gerade aktuell alles nicht so einfach, immer wieder Ware zu bekommen. Und da muss man dann wirklich gucken, dass man dann sein Lager auch entsprechend immer wieder voll hält. Damit man rechtzeitig bestellt. Damit man dann auch die Ware rechtzeitig für den Umbau entsprechend dann da hat. Und das nächste Mal machen wir mal ein Video über den Ladebooster da hinten. Weil zu dem Gerät möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Weil ich immer wieder Fragen bekomme. Ja, macht der Ladebooster Sinn? Für was ist der eigentlich geeignet? Was kann der eigentlich alles? Und das möchte ich euch auch detailliert mal mitteilen. Damit ihr da auch mal besser oder gut informiert seid von uns. Für was der eigentlich alles gut ist. Ja, so, das war ein kurzes, kleines Video. Mal, was in unserer Werkstatt die Woche so passiert. Ich habe ja schon angesprochen, da draußen steht auch noch T6. Älteres Fahrzeug, wo wir morgen mal die Dieselheizung warten müssen, ausbauen, reinigen müssen. Dazu einen kleinen Tipp an euch. Alle, die Dieselheizungen haben, da mache ich aber auch nochmal ein spezielles Video drüber. Vielleicht hängen wir das morgen auch gleich mal mit dran. Wenn ihr Dieselheizungen betreibt, Diesel-Luftheizungen, die D6 von Druma oder wie auch immer. Ganz, ganz wichtig ist immer eine Dieselheizung. Wirklich alle, ja, es kommt natürlich darauf an, wie oft benutze ich die Dieselheizung. Aber ich sage jetzt gerade in der Jahreszeit, wenn ihr Ganzjahrescamper seid, alle paar Wochen mal richtig voll aufdrehen und das Ding richtig frei brennen lassen. Ganz wichtig. Es ist wirklich ganz wichtig. Warum ist es so wichtig? Wenn ihr die Dieselheizung auf 20 Grad stellt und die dümpelt so dahin, hält die 20 Grad, dann ist das wunderbar und toll. Aber ich vergleiche das immer früher, wenn man ein gutes, altes Dieselfahrzeug hatte. Man fährt immer in der Stadt spazieren, dann rußt die Karre richtig zu. Und so ist das natürlich auch mit den heutigen Dieselheizungen. Die russen zu. Das heißt, man muss die regelmäßig frei brennen. Die müssen richtig glühen, damit die ganzen Rußpartikel da drin wegbrennen. Und wenn man das nicht beachtet, dann kugeln die langsam zu. Und dann kann passieren, dass die bis zum Geht gar nicht mehr sich zurust. Und das ist dann ganz schlecht. Kostet einen Haufen Geld für Saubermachen. Man schimpft nur, Heizung stinkt und man ist nicht glücklich und zufrieden damit. Also wirklich beherzigt das. Eine Dieselheizung muss regelmäßig freigebrannt werden. Freigebrannt heißt, Maximum Anschlag an Temperatur. Vielleicht ein paar Fenster aufmachen dabei, ganz egal. Und dann wirklich mal 30, 45 Minuten Vollpower laufen lassen. Und dann ist auch gewährleistet, dass die Dieselheizung freigebrannt ist. Und auch dann lang, lang, lang funktioniert. Und ihr viel Spaß mit der Dieselheizung habt, ohne dass sie zu kugelt, ohne dass sie qualmt, stinkt oder sonstiges. Und dass sie auch zuverlässig immer wieder anspringt. Ganz, ganz wichtig. Und gerade in der Jahreszeit, bitte beherzigt das. Diejenigen, die mit ihren Fahrzeugen nicht durch den ganzen Winter fahren, sondern jetzt Monat 11 in den Ruhestand oder in die Winterpause schicken, bitte denkt dran, alle Ventile aufmachen, Wasser entleeren, alles aufmachen, offen lassen. Am besten nur den Tankverschluss aufschrauben. Auch den offen lassen, damit alles rausdunsten kann, damit nirgends Restfeuchtigkeit stehen bleibt. Wasserhähne öffnen, offen lassen, damit da kein Wasser drin stehen bleibt. Sonst haben wir hier den Hof nächstes Jahr im Frühjahr wieder voller Frostschäden. Und das wollen wir doch alle vermeiden. Frostschäden sind teuer und unnötig. Manchmal nicht ganz zu vermeiden. Ich weiß, es ist nicht immer ganz so einfach. Aber wirklich beherzigen, alles aufmachen und dann passiert da nichts. Ein kurzes kleines Video, ein kurzer Kleider-Standman zur Dieselheizung. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt an der Stelle einen wunderschönen Abend, einen super guten Wochenstart. Und lasst euch die Laune nicht verderben oder vermiesen mit den aktuellen wilden Nachrichten. Immer positiv bleiben. Alles wird gut, wie auch immer. Aber irgendwie kriegen wir das alles hin. Jetzt erst mal einen super guten Wochenstart. Kommt gut hinein und Ball ist wieder Wochenende. Und dann geht es schon wieder in die kleine Pause, in die Wohlverdiente. Also, über ein Like freue ich mich. Genauso wie über einen Kommentar von euch. Natürlich auch, wie ihr das seht, mit der Dieselheizung und unserer kleinen Kraftpaketmacherei da hinten. Bleibt es gesund. Über ein Like, wie immer. Und natürlich freue ich mich auch über ein Abo. Über jedes einzelne von euch. Weil das freut uns ungemein, damit wir auch auf dem richtigen Weg sind mit unseren Themen. Und in dem Sinn, alles Gute. Bleibt es gesund. Bis bald. Schöne Grüße aus dem Gesicht. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020